Ja, ich glaub, ich pump' mal unten. Nein. Das laus' ich erstmal weg. Aber warte mal, guck mal, das ist auch die falsche Achtung. Haben sie schon wieder geendet? Nee, das ist nicht so. Das war nämlich eben zentrales Mittelfeld am Start zentral offensichtlich in die Welt. Ja, am Ende entscheidest du ja, wo du bist. Ja, aber der Pfeil will ja man sich hier nicht in den Bereichen binden. Ja, ja. Lukas? Ich glaub' jetzt auch ein Pott. Vielleicht so, der hört dich nicht. Der fängt Geschmäße, der fängt immer gleichzeitig. Ja. Lukas. So, ich mach' auch noch mal schön ein Getränk hier drin. Ein gesetzt? Mhm. Tolle Mauer ist noch nicht mehr. Lukas. 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 Ich komm' bei mir hin da. Lukas. 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 ich glaube ich nicht das spiel das ist nicht was du hast du hast du in der leben bei laden draußen oder das mega laufen rechten posten auf möchtest du rot oder blau sein wie sagt es mir wurscht ich denke jetzt so lange wie gewinne spiel auf jeder position haben gerade verloren also nach letzten minuten ist noch nur bei ungarn gegen das land u21 mal gucken das braucht aber nur wegen gegen die breite also angst gegeneinander man angst wenn man gegen die spiele also ich schütze über die bemerkenswerte wiki bereitet der zusammenschaft zusammenkriegt und dann noch eine jugendmannschaft also verstehe ich jetzt die richtige nationalmannschaft nicht die jugendmannschaft also von gebrauchter andreas so leute da du irgendwann fahrende der fußball spielt ich war die hälfte die hälfte von einem richtigen jobs oder so über die hälfte ja ja klar müssen ja war schon mal jemand auf die breite ich war nämlich schon auf die breite das ding ist vielleicht ein kilometer mal ein kilometer groß das heißt dann auch wieso aufgebaut ist das ist ein felsen das ist nur ein großer ja genau mehr sagt man aufgript reitern nicht was kommt darauf an ob man die geografie meint oder das land sonst wenn ich das land meint dann in gewalt wenn ich sage da vor ort dann auf die breite das ist ja der affenfelsen und ich hatte dann auch noch im kopf die sind richtig frechlich sicher ich habe auch nicht unbedingt begeistert geguckt da waren zwei affen auf einem bild und das war aber nur ein echter die sie haben gewonnen 86 82 sehr gut das ist gut ja richtig wichtig die müssen alles gewinnt immer weg ich bin noch gespannt ob sie jetzt aus dem die osterspiele absagen und dadurch rostock dresden abgesagt wird er hatte der führer schon gesagt wir wollen quarantäne trainingslager machen damit das ja nicht passiert alle vereine gehen in quarantäne in den trainingslager sind von mittelanburg man hat schon gesagt die sagt das können wir so lenden ist wieder da dann kann man loslegen ja ich glaube ich bin weniger power cdb klar weil sie eine minute person enthält aber das können wir nicht machen glaube ich deswegen ist nicht die einzige das ist ja die die jetzt schon mal öffentlich sagt also ich glaube nicht dass sie die einzige ist ja so die hatten gutes standing in deutschland kann man nicht sagen manuela nicht ganz klar die zeigen alle 21 spiel auf youtube so oder das dunkel von uns ist ja nicht so dass wir auf grünem rasen spielen ich glaube immer ich würde sagen wir haben zu uns in weißen trikots keine weißen hosen aber doch haben wir die bestehe oder weise hosen oder helle hosen die an weiße hosen ja aber ja achten müsste man unterscheiden das kann ich bei welchem auswärts hose zum heimtrick ein spiel ein das ist für mich ja rot und sagen wie wechselt dem herrn aber sie nicht bei vier spielen ja mal im verlohn 2 kreisend bei der soeben kreisend kreisend die kreisend die kreisend die kreisend die kreisend abbrille das ist was soll scherz die kurs oder wer war das das war nach abstellung das ist man das es ist ich bin zu langen und ich bin aber nur dort ist es die jene in der Spitzen an der Gehreis Köln-Högel-Üstelungen sein Schein. Oh, der kommt da durch. Willst du mich verarschen? Ja, nur verschieben, Leute. Oh, was? Oh mein Gott. Aber Lenzo ist die Zeitgabe genug, damit sie es annehmen können. Ja, habe ich gedacht, ich... Ja eben, da war wieder das Problem mit dem Denken. Ach komm, jetzt seid doch mal still da. Hätte die genauso gemacht. Er stand so frei daneben mir, ich wollte ihn einfach nur kurz... Du stand da genau genauso frei. Hä? Warum läuft mein Spieler weg vom Ball? Ja, ey, ist richtig. Weil wir Turker sehen sollten. Was ein Strahl, ey. Ja, vor allen Dingen, unsere sind alle schön fleißig aus dem Weg gegangen. Für den blonden, schwarzen... Was ist denn das? Oh, ey. Das ist für mich so ein Hassklub. Ja. Gut, egal. Ich bin blind, man. Wie geht das denn? Warte, sag mal. Die wollen mich da auf den Arm nehmen hier. Was ist denn, wie geht das denn? Äh. Alter, sag mal, die wollen mich da auf den Arm nehmen hier. Scheiße, ich hatte schon wieder zurück. Ich hab auch irgendwie keine Lufthoheit, nix. Aber irgendwie. Ich geh gerade. Absolut. Nee. 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 Danke. cliché, ich kann mal hier ein Stück unterd singen. This is me, Robben. Man kann ihn nutzen. die das eigentlich eine menge so gut zu dritter beim haugen ja egal ich habe noch nachher na klar wieso nicht das ist da ist ja ja aber gut überraschung wenn sie jawohl max so schönes 1 oder 1 wenn das nicht zu körper der geht wieder zu dem auf darum zu was man noch mal ein nicht endlich ich das war jetzt schön rockt Bob Nicholson wer macht das? schön ein Wurf kann man sagen wo er ihn schmeißen soll da kommt er ohhh aber niemals alles gut schade ja eben ich war da unten allein ja naja immerhin immerhin ja nach der anfänglichen Verwirrung 33% Ballbesitz das ist ja nichts also für 1 zu 1 das ist halt mal einfach ein Standard ne? das ist halt so ein Spiel hast du auch wenn du nur wenig Ballbesitzer hast das heißt ja nicht dass du drei Dinge kassieren musst das passt schon 1 zu 1 gut für den Konter ja 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 alles richtig alles richtig alles richtig Markus ja das ist Markus aber ist alles gut ja hat ihn noch und wir jetzt gleich schönes Ding ohhh ich hab nur noch einstiegen müssen kannst du noch eine Erklärung von Max mit seinem Krumm ohhh gewollt und nochmal ohhh spart euch Leute ich seh das auch ja richtig das ist doch emotions geladen ihr das Spiel nur Kritik ach verdammt äh 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 ja schade wir waren nicht nur mich Entschuldigung nach verdammter ohhh ich hab's gelaufen bitte nie mit dir nie mit dir nie mit dir nie mit dir bitte nimm an nimm an wieso ja hat er zugestellt ja der Computer das ist ja das was mich immer wundert unsere sind einfach nur stroh doof ja hm Gekas ja auch schön schön nehm ich mit nehm ich mit oh da lässt ihn ausschregen oh ui echt ne schöne Bewegung war echt ne schöne Bewegung die weiße wand kommt nicht durch die weite entwicklung zu hierzu schön hat man ja dann soll nur markus vorne werden ja auch nicht so schlecht genau Ablagen. Jawohl. Schade, schade, schade. Aber der war eh scheiße. Der Schwache. Ja, komm schon. Haben wir noch, haben wir noch. Oh, Gott sei Dank. Keine kriegen, keine kriegen, keine kriegen. Oh, natürlich. Und das war ich eh, das ist doch leckerlich. Gelbe Karte. Da hast du dir, ne, hast du dir verdient. Aber mit Ankündigung, habe ich es aber schon. War eine Ankündigungskarte, so. Das geht nicht, ey. Schön zugestellt. Wow. Wow. Das war's so. Alleine. War das für mich? Der läuft oben lang, Till. Der läuft unten lang. Schöne Ballrolle. Ja, irgendwie geil. Achso. Geht. Jetzt. Genau so. Gleich, 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 gleich. Nein, nein, flach. Was war das denn? Und jetzt Abzug, Abzug. Ja, der Hauptsache. Irgendwas. Und jetzt. Jawohl. Foul. Ja, Chief! Was ist das denn? Oh, ich stehe jetzt ab. Ja, das setzt hier wohl auf. Geht weiter. Geht weiter. Geht weiter. Das war doch ein Foul. Hätte ich jetzt auch gesagt, ey. Ja. Mach dir den Haken weg vom Gegenspieler. Ja, geht weiter. Jetzt, jetzt. Lukas. Lukas. Ach, schau. Ich lerne, irgendwie kommen wir in den Spiel auch nicht. Ich weiß auch nicht. Oh, guck mal. 10 Seiten wird zerschoben, aber nicht zum Ball. Ja. Wir haben Ball gezielt. Nein. Ja. Zauber. Reicht. So, check mich mal durch, ja. So, jetzt. Jetzt. Lukas, zauber. Oben. Lernen läuft. Oben. Ne, so. Gut. Danke. Jetzt nicht, ey. Flank. Oh, besser, Mann. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab ja auch schon gehört, Spiele an den 16ern. Da hab ich gedacht, mach das doch mal. Jawoll. Ich spiele dich gerade echt richtig gut für den 16er. Wer hast du noch? Ah, schade. Warte. Ey. Du hast schon eine geile Karte. Mist. Lässt uns nicht. Ich werde mir wohl hinlegen, aber nicht. Was? Ich hab wohl auch mal eine Penny. So, Markus, vorder? Ah, okay. Ich hab gar nicht gefordert, ey. Er hat doch schon was am Ball. Alles gut. Markus. Was ist denn? Was ist denn da oben? Ja, ich hatte ihn vorher schon gefordert. Ja, ja, ja. Ich muss ja nachsetzen. Dann sind sie nachsetzen. Oh, den krieg immer. Ne, alleine. Er hat keinen Content zugelassen. Das sind wir nicht. Ja, das mache ich dir. Genau. Oh, nein. Länen sie um. Achso, hast du ihn gar nicht. Boah, ich bin die Länen vorbei. Nö, leider nicht. Und jetzt nochmal. Nö, leider nicht. Nö, leider nicht. Nö, leider nicht. Nö, leider nicht. Boah, einfach noch ganz stark. Jawoll, da ist ja noch. Oh, jetzt schnell, schnell, schnell schnell. Oh, achte. Alleine, alleine, alleine. Ja. Oh, fuck! Das kannst du komplett vergessen. Das ist doch lächerlich, ist das hier. Scheiß. Wir haben noch. so stark von uns besser sagen wir mal besser als starke weichen gut doch die wir haben ja auch keine eigentlich keine chance zu gelassen die waren an sich nämlich gar nicht so schlecht wir haben jetzt echt gut aus dem schnitt links rausgebracht aus ihrem westen das geschluss ja genau ich bin raus ja klar ist ja auch schon um neun doch ich glaube das ist damit die ansage ja ich wäre auch dabei ja schön aber es war doch wieder witzig ich habe mich noch ein bisschen beim torfahrtspiel verbessern ja so muss das was wir drauf können darauf haben wenn man da muss gut haben wir denn vier punkte gut dann ich mache an dieser stelle gegen stream aus wenn ihr nichts dagegen hat und dann bedanke ich mich sagte ja noch mal tschüss und dann war es das an dieser stelle also reingehauen bis zum nächsten mal tschau tschau bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.